um ja hier ist immer gut hat ihm mit dota 2 und wir spielen natürlich wieder bringt mit so viel zuvoll erhalten okay ich habe mir vor schon Gedanken gemacht und vielen Dank erstmal auch für eure Kommentare die ihr mir gegeben habt auf die letzten gameplays ich mich hat Christel Main spielen und mit Christel Maiden auch wieder ab Bord gehen wir sind ja wieder da ja und um hier gehe ich auf jeden Fall wieder bottom und möchte hier zu porten und probieren meinen Kollegen zu unterstützen ich hoffe mal dass der Queckhaus Naturless Prophet spielen kann bei den Gegnern hoffe ich dass er mit Tom Wars auch nicht klarkommt wie auch anders ich will ja gewinnen mit meinem Team ich bin gespannt alles nicht so die Helden die ich Morphling Zufall noch einer der bei uns Zufall wird mit okay Slug noch dabei Slug kann sehr sehr gut werden zum Schluss bin ich echt gespannt da bin ich echt gespannt Spirit Waker auch nochmal Zufall mit diesen Zufalls Dingern weiß ich nicht ob das so gut ist ich glaube ich kaufe das so wer ist top die beide sind top dann ähm gebe ich ihm mal gebe ich ihm mal gebe ich ihm mal einmal so eine Wort damit er die platzieren kann weil ich gehe jetzt nicht Bord platziere hier meine Wort ich weiß nicht ob das so üblich ist äh es ist so üblich dass man hier keine items kauft hinter der Breach hä da war doch gerade noch ein Wolf oder okay okay sind beide hier zu Anfang go 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 nice take you die die I'll not argue yes Ja! Ich bewege! Ja! Zwift als Eisrack. Hm. Ja! Ja! Kann man schon mal ganz gut hier unter Kontrolle, würde ich sagen. Zwift als Eisrack! Ich werde nicht sagen. Ich werde nicht argumentieren. Ich werde nicht Margaret auf den Weg gehen. Ich werde nicht mehr verwenden. Ich werde nicht mehr also. Ich werde nicht mehr sehen. Da läuft uns doch, oder? So, jetzt kuschen sie aber durch. Meine Temperatur stecken. Ich werde nicht antworten. Jetzt, du gehst! Hier komme ich! Ja, ich muss aufpassen. Darf ich so sehr viel Damage fangen? Sorry. Oh, sorry, sorry. Ich gehe und warte mit dir. Let's go. To battle. To battle. To battle. Okay, wir kaufen uns... Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Das geht aus. Okay. Ich gehe nicht. Always refreshing Let's go Nice gemacht Fuck Weg 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 Nice, geschafft Nice, Jungs Ähm Ähm Beziehungsweise Grundanstattung Grundanstattung 975 Können wir uns eigentlich gleich leisten Wir machen aber ein Upgrade für unseren Kurier Dann Kaufe ich mir nochmal Wards und unterstütze noch ein bisschen Wow Wow Ja 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 Das war jetzt doof, glaube ich Dass wir Das wir Ich werde es nicht argumentieren, um es zu kämpfen zu kämpfen. Ja. Zwift als die Wolves von Eisrack. Natur versus hier. Ich versuche jetzt hier ein bisschen zu deffen, ähm, die sind ja top, jetzt Gott und Will's dabei. Ich werde dich schnell entfernen. Dominier! Double kill! Attack! Ich habe Schmerzen! Hier komme ich! Zwei von den Gegner sind top. Ich bin. 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 Das war's für heute. He he he! Swift is the Wolves of Iserac! I move! So, I'm playing this. Here I come! Oh Gott! Ice, take you! Swiftly! The ice will spike! The ice is dead! Double kill! The enemy's bottom tower has fallen. Dominating! Dominating you! Miss me? Radiant structures are fortified. I'm going to attack you. Crazy. What about you? What about you? What about you, of course? How do you do that? Attack! Ich dachte so viel. Let's go! Ich bewege! In die Breach! Let's go! Ich wundere, dass ich nicht verbrüht bin! Ich bin weggelaufen! Ich bin weggelaufen! Ich habe jetzt den Blottsjäger hier übelst. Ich bin weggelaufen! Ich bin weggelaufen! Blut in the water! Shit, wo läuft dahin? Your middle tower is under attack. Dyer's structures are fortified. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Nice. Agreed. Yes. Swiftly. Nope. Faster. Roshan has fallen to the radiant. On. Swift is the Wolves of Ice Rack. Here I come. I'll not argue. Into the briefs. Swiftly. I thought as much. I thought as much. Into the shade. Into the inference. Faster. Shit. Yes. This wood. Drift is the Wolves of Ice Rack. Ja weg 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 Komm weg komm weg Wow Plötzlich direkt so auf 16 ist er schon Ist aber echt so nur der blood Ich müsste mir noch was holen Blink finde ich jetzt shadow walk wäre vielleicht noch eine idee aber Gegen den blood was bringt da was Hex wäre ganz cool oder aber Gehen wir wirklich auf das old scepter um den bloodsieger hier ein bisschen ausschalten zu können noch Abseits unserer skills Ja ich komm gleich Nix da Ja 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 Ich hab nicht genug manae Neiin Komm 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 Blot 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 Naja, keine Chance. Keine Chance. Zwar ist Luca der hier übelst abging. Na los Jungs, der Chum wird ja aber her. Na ja, keine Chance. Wie geht es? Ah! Ah! Nein. So, jetzt legen wir hier auch nochmal kurz ein Wort hin. So. Wo wir da hin? Da kann ich schlecht helfen, ey, großer. So. Woah. 75 habe ich gleich. Boah, jetzt geht der mit ihm schon wieder ab. Ne, ich bin zu langsam. Ey, fuck. Nice, aber der ist so stark. Nice, jetzt habt ihr ihn. What happened? Ja, obwohl, es geht. Bisschen mehr Farm wäre natürlich besser. Obwohl das jetzt hier für mich als Crystal Man glaube ich nicht ganz so viel ausmacht. Gold macht natürlich was aus. Wegen den Items. Oh, cool. BKB. Let's go. Illusion. Swiftly. Yes. Oh, leck. To battle. I'll not argue. Agreed. Yes. Die. Here I come. Radiant Strukturen sind fortified. Ja, Jules Prophet ist unten, das ist sehr gut. Into the Breach. Nice. Nice. Warte ganz kurz, Jungs. Divine Scepter. Warte ganz kurz, wie die Wolse von Eisrack. Warte ganz kurz. Ah, wir brauchen mehr Farm, Jungs. I move. Let's go. I move. Swiftly. Faster. Ich war wieder mit der Hände. Ich dachte, dass einfach so viel. Warte ganz kurz. Ja. Auf geht's. Schwierig wie die Wolse der Eiswirk. Hier bin ich. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein. Was ist das? 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 Nein. Nein. Wir können jetzt so starten mit dem OG. Okay. Spreng euch nochmal an, bitte, ey. Das kann nicht sein. Ich bin doch hauptsächlich Nahkämpfer. Die sich damit BGP schützen können in dem Sinne, aber trotzdem. 8 Sekunden. 8 Sekunden. Nice gemacht, Junge. 4 Sekunden. Nice. Komm, 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 komm. Schnell, schnell. Schnell, komm. Komm, komm. Schnell, komm. Schnell, komm. Was ist das? kann man denn nichts gegen die ausrichten Das kann nicht sein, oder? Wir haben zu wenig Magie-Damage, ehrlich gesagt. Ich hatte hier noch mehr auf Damage gehen müssen. Wurde es leichter gesagt als es getan, aber ich hätte trotzdem noch mehr auf Damage gehen müssen. Mehr Intelligenz. Insgesamt. Um hier mehr Schaden zu machen gegen die Gegner. Weil die einfach übelst auf Rüstung gegangen sind. Alle. Ähm, ich spare jetzt mal kurz Geld. Hier komme ich! 26 Armour, ey. Oh. Ich fühle mich schon kalt. Ich fühle mich schon bereit. Auf. Ja. Agree. Na, jetzt wer außerhalb der Reichweite. Wir wissen doch, dass er kommt. Ich kriege ihn. Doch, doch, doch. Wir haben ihn. Oh, Jungs, bitte. Into the breach. Wir sehen uns. Oh, Jungs, bitte. Nein, ich hätte mich selber hoch teleportieren sollen. Ich hätte mich jetzt gerade selber teleporten sollen, also in die Luft rubbeln sollen, dann hätte ich überlebt. Mist ey. Ja, das ist noch ein bisschen Spülpraxis, die mir da fehlt, dann mit den Items. Hätte ich mir jetzt hier den Arsch gerettet und ihm weniger Gold beschert. Wir brauchen auf jeden Fall noch mal Worts. Swiftly. Ein bisschen was sehen, jetzt sind beide gleich wieder weg. Ich habe gedacht, es ist viel. Ja. Ich habe gedacht, es ist viel. Ich habe gedacht, es ist viel. Ich bin tot. Mist. Wie wild hochgeklickt und dann war ich tot. Okay, gut gemacht. Okay, gut gemacht. Top kommen die Mega-Creeps gleich wieder durch. Fünf Sekunden. Nichts wie ein kleiner Kühlschrank. In die Brücke! Hier komme ich! Down, you go! I'll not argue. Swift is the wolves of Ice Rack. Ice, take you! To battle! Agreed! On! The Ice Wolves bite! Yes. Faster! Komm zurück, komm zurück. Vorwärts. In die Brüche. Ich dachte so viel. Die Brüche. Ich bin so low. Wir haben einen wegbekommen. Dkp bringt mir hier wenig was, Hex eventuell. Dyer Strukturen sind fortified. Okay, wir sind top einmal zurück pushen. Okay, ich leg jetzt da einmal eine Ward. Zwei dahin. Ich bin so schnell wie die Wolken von Ice Rack. schneller. Ich bin so schnell wie die Wolken von Ice Rack. Okay, jetzt geht's nochmal. Hey, wo sind die bitte? Ich bin so schnell wie die Wolken von Ice Rack. Jetzt geht's wieder zurück, komm zurück, komm zurück. Nein, ich konnte mich nicht... Wieso konnte ich mich jetzt grad nicht... Vorhin hat's geklappt, ey. Oh shit. Nein. Komm, 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 komm. Nice. Ah, die gehen jetzt so durch mit so viel Damage. Hilf selbst keine Rüstung mehr. Gegen den. Komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Niiice Ja ok, wir kommen nochmal. Wir kommen jetzt auch schon mega Creeps. Ich sehe meine Wälder wieder. Ich bewege. Faster. Double Damage. Bist du was für Rippas top auf? Ich dachte so viel. In die Breche. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Nein, die Gange! Nein, die Gange! Nein, die Gange! Nein, die Gange! Ich sehe jetzt von ihm jetzt auch, nicht so schön. Vom Damage ist einfach übel was da reingeht und dann haben die noch so viel Rüstung. Was ist denn? Was ist da? Wow! Oh! To battle! Ich freu dich schnell! Vorwärts! Ist es kohle hier? Oder ist es nur ich? Nein! Nein! Kommt, halt ihn weg! Nice! Weg, 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 weg! Was drückt mir das noch? 700? Was macht der denn? Nein! grounds Das war's für heute. 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 Okay, jetzt müsste es fast reichen. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.